Ja Leute, es ist endlich soweit und zwar ein weiteres Opening, um genau zu sein, Battles of Legend. Ja, auf dieses Set freue ich mich sehr, denn hier sind sehr coole Karten drin. Wie immer, es ist Feuer, Riesen Dank an Konami, dass ich das Ganze hier eröffnen darf. Und auch, wie immer, ich kenne nicht alle Karten hier drin. Das heißt, wenn der eine oder andere sagt, ich kenne aber alle Karten, warum konntest du sie nicht? Ja, ich kenne zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht alle Karten. Aber ich freue mich riesig, ich kenne einige und ich freue mich auch auf einige. Dementsprechend würde ich sagen, schnacken wir nicht lange und öffnen das Ganze. So, wie immer, ich gehe auf die Karten ein. Sollte man ja kennen, wenn sie kommen. Und zunächst einmal, I like it. I like, oh, oh, oh. Also, sehr hübsch. Ich mag es immer sehr, wenn es unterschiedliche Artworks hat. Oh, sehr hübsch, sehr, sehr hübsch. Sehr hübsch, ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach die ersten und fangen an. So, 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 komm, 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 komm. So, wir nehmen die erste Hälfte raus. Und würde ich sagen, dann öffnen wir einfach mal. Denn ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Weil wie gesagt, ich kenne nicht alle Karten. Ich hoffe, wir ziehen... Uh, okay, es geht gleich los. Gleich los, wo ich nicht weiß. Ähm. Ach. No. Was? Die Himmelsjägerkarten sind hier drin? Okay, ähm, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, neue Himmelsjägerkarten sind hier... Ähm, okay. Das wusste ich gar nicht. Also, ich wusste, dass es die Karten gibt. Aber ich wusste nicht, dass sie hier rauskommen. Das ist interessant. Uh, Spinnenmutter, Spalterin. Die kenne ich auch nicht. Falls du kein Monster kontrollierst, kannst du gerade als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst diese Katastrophe gut anbieten. Du kannst für den Rest des Spielzugs keinen Spezialbeschwörung extra durchführen, außer Exidsmonster. Zusätzlich beschwöre, bist du drei Babyspinnen als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder dein Deck. Und falls du dies tust, werden diese zur Stufe 5. Äh, können... Äh, und... Achso, aber können nicht das Material für eine Exidbeschwörung beschwern werden, außer Exidbeschwörung von einer Finsternismonster. Ach. Okay, man will jetzt hier auf jeden Fall auf die, äh, auf das Spinnexid. Gehen. Äh, interessant. Nett. Klassik Kuribo. Ja. Äh, das ist interessant. Was sehr cool ist, hier sind ja neue Kuribu-Gaden drin, wie man wohl sieht. Ähm, und bei ihr ist das Besondere, und zwar, ähm, sie wird eben in der Panelscale gelegt. Und, äh, wenn eben ein Angriff gemacht wird, äh, ein direkter Angriff gesagt wird, kannst du sie zerstören. Und wenn sie zerstört wird, dann ist die Battleface of Fort Bandit. Das heißt also, hier kann man quasi einen kompletten Zug überleben. Ist halt Kuribo, ne? Ich meine, Kuribo verhindert halt irgendwie attackieren den Schaden. Und, äh, Geist-Lanzenträger. Seekämpfer der Unterwelt. Ja, hier sind neue Zombie-Karten drin. Vielleicht kommen wir zu den, ähm, Fusions-Karten. Denn, ja, es gibt neue, äh, Fusions-Karten. Und Schwarzes Loch in Secret Rare. Die wusste ich zum Beispiel nicht, dass sie hier drin ist. Und, äh, gefällt mir sehr gut. Äh, aber der Kamera gefällt das gerade nicht. Denn die Kamera möchte es nicht schaffen. Schwarzes Loch, allgemeine Karte. Die, ähm, dann doch immer sehr unterschätzt ist, ne? Man fragt sich immer so, ja, die Karte ist doch alt. Die spielt keiner. Doch, doch. Der hat noch einen spielt. Ja, ebenfalls hier, wie gesagt, Sky Striker bekommt hier jetzt, ähm, den neuen Karten. Punk, ja, Punk ist ja auch drin. Ähm, ich wusste, äh, Fox-Tune ist hier drin. Okay, Karpfen ist auch drin. Aufsteigender Karpfen. Also, ich finde einfach Artwork und Name, äh, ich, ich, ich feiere es einfach. Groll der Viper. Die kenne ich zum Beispiel wieder nicht. Nicht-Reptil-Monster, die du kontrollierst, können nicht durch, äh, können nicht angreifen. Zusätzlich kannst du ihre Effekte nicht aktivieren. Für jeden der vollen Effekte, groß, äh, Groll der Viper nur eine Schuhe zu verwenden. Falls einer mehr auf eine Reptil-Monster kontrollierst, durch Kampf zerstört werden und auf den Friedhof gelegt werden, du kannst eine Reptil-Monster Stufe 4 oder Niedriger, speziell schon mal sein Deck beschwören. Das ist ja ein bisschen wie Schaden gleich Reptil. Ja, ne? Ist halt eben für. Mathe Mech ist hier drin. Uh, Mathe Mech ist hier drin. Und Nessi in Secret. Uh, das ist schön. Boah, Nessi sieht so schön aus in Secret-Rail. Wirklich so schön. Also Nessi. Mathe Mech ist hier drin. Okay, das wusste ich auch nicht zum Beispiel. Ähm, Avatar der Bosheit. Erinnert ein bisschen an die andere Bosheitsschlange. Äh, Monster, die Niedriger kontrolliert, verlieren 300 Artikel und Def. Ähm, du kannst jeden der folgenden Effekte von ihr noch eine Pro-Spiel-Zug verwenden. Du kannst einen Reptil-Monster als Tribut anbieten, beschwöre diese Karte als Spezialistung von der Hand. Du kannst einen Monster als Tribut anbieten, alle Monster, die Niedriger kontrolliert, fliehen bis zum Ende des Spiels, ist ATK in Höhe der angebotenen Monster. Man muss jetzt sagen, bei Reptil ist es oft so, dass sie eben mit ATK, ähm, Verminderung spielen. Also oft mit 0 ATK oder ähnliches. Äh, hier hilft das Ganze natürlich. Der zusätzliche Spiegel der Stufe 7. Nice. Äh, Name gefällt mir. Abo gefällt mir auch. Ähm. Ähm, falls ein oder mehr Monster Stufe 7 oder der Spezialistung auf deiner Spielfeldseite beschworen wird, lege zwei zusätzliche Spiegel Stufe 7 von deiner Hand oder dein Deck auf den Friedhof. Dann wähle jedes Monster, beschwöre zwei Monster mit unterschiedlichen Namen, wie es gibt die Ziel der Spezialistung von deinem Deck. Dann erhält zu Schadenhöhe der kombinierten Grund-ATK. Zudem kannst du mit dem Rest des Spielzugs, nachdem die Karte aufgelöst wird, nur Spezialistung von extra Deck durchführen. Oh, das ist interessant. Macht Exilsmöglichkeiten natürlich, ja, besser. Ist Stufe 7, passt natürlich. Zum Beispiel die Tiers du Kaschtierer. D, 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 D. Bekommt hier auch nochmal Zero-Paradox-Artbook auch wieder. Sehr hübsch und wieder sehr stark gewertet, ne? Sehr stark gewertet. Der Kriegerhund an der Fessel. Wenn der Spieler als normales Ziehen in seiner Drawfest eine oder mehr Empfänger zieht, kann er die Karte vorzeigen und zieht zwei Karten. Ein bisschen so wie Herz des Unterlegenen. Du verlierst 200.000 Lebenspunkte, wenn du dies tust, lege die Karte auf den Friedhof. Aber ist nicht so krass. und uh, uh, wir haben, oh, schön, schön, Fusionskarte ist hier auch drin, wusste ich jetzt auch wieder nicht, aber, äh, nehmt man doch mit, nehmt man doch mit, ich wusste gar nicht, dass die hier auch drin ist, interessant, aber wenn das so weiter geht, dann wird das wieder ein sehr, sehr, sehr langes Opening, Nummer 72, Alter, wir bekommen so viele Karten, von denen ich nie wusste, dass die hier drin sind, kann zwei Informationen von dieser Karte abhängen und dann ein offenes Monster, das oder der, der den Gegner kontrolliert, wählen, zerstöre sie, zusätzlich jetzt, äh, wer der Kampfstand, den der Gegner erhält, für den rest des Spielzugs halbiert, der Halbierungseffekt ist natürlich schade, aber der, ähm, Effekt an sich ist nicht schlecht, wie gesagt, auch hier neue Skystriker-Karten, ne, ähm, und Barock-Kuribo, beziehungsweise Baro-Kuribo, ähm, diese Namen, funktioniert perfekt mit den Kuribos und er hat 3000 Defense und er hat deswegen auch den Effekt, wenn er angegriffen wurde, kommt er in der Endphase, äh, in Articam, äh, nicht in der Endphase, am Ende des Kampfes, oder, warte, am Ende des Demonsteps, wird sich ein Angriffsmodus gesetzt, Smasher hier drin, wusste ich auch nicht und Schattenlicht, die Karte kann ich auch nicht, oh Leute, es tut mir so leid, ich muss so viele Karten lesen, äh, es ist auf jeden Fall sehr schattig, würde ich sagen, weder ein Finsternmonster, was du kontrollierst, beschwöre ein Lichtmonster mit dem selben Grundtyp, von dem selben Grundstufe als Spezialbeschreibung von dein Deck und Extra Deck, äh, oder Extra Deck, okay, krass, sogar Extra Deck, du kannst diesen Effekt von, ähm, du kannst diese Karte vom Friedhof verbannen, du kannst in deiner Spielzug während der Mainphase zusätzlich zu deiner Normalbeschwerung, äh, deinem Setzen ein Licht oder ein Finsternmonster Normalbeschwerung beschwören, du kannst diesen Effekt nochmal pro Spielzug erhalten, du kannst jeden Effekt von ihr nochmal pro Spielzug verwenden, du kannst in dem Spielzug, in dem du diesen, äh, ein der beliebigen Effekte aktiviert hast, keine Battlephase durchführen, pfff, ah, keine Battlephase durchführen, das ist natürlich, äh, schade, aber der Effekt ist gut, sehr gut sogar, also ich wusste, ich, das alles nicht, dass die Karten hier kommen, oh, Fluch von Aramatia, ähm, genau, Adventure, genau, Adventure ist hier nämlich auch drin, äh, darf man nicht vergessen, dass hier die Adventure-Karten ebenfalls drin sind, Hosen-Schamanen, ich muss alles lesen, ist unglaublich, du kannst diesen Karten als Rude anbieten, ziehe eine Karte, nett, äh, schon mal nett, Krieger Stufe 4, kann man vielleicht nutzen, du kannst, äh, diesen Karten von deinem Friedhof verbannen und dann ein Pflanzenmonster in deinem Friedhof fehlen, füge deine Hand hinzu, dann, falls du ein Pflanzenmonster hinzugefügt hast, dessen Grundstufe 7 oder höher ist, du kannst ein Pflanzenmonster von deinem Deck auf den Friedhof legen, wow, das ist gut, das ist wirklich gut, ah, ja, ähm, das neue Schwarzvögelmonster bekommen wir jetzt auch, interessant, im Master-Duel ist es jetzt ja schon bereits erschienen, äh, bekommen wir jetzt auch, nett, nehmen wir mit, hilft Schwarzvögel auf jeden Fall, und, ist auch gut, und Regetencoder, uh, ich finde das so schön, dass alles Secret-Rain-Ultra ist, ähm, ist natürlich, wie es schon sagt, für Rocket, aber auch, äh, für, äh, für Dings, äh, wie heißt das nochmal, für, ähm, äh, Cybermonsters allgemein, beziehungsweise Codiersprecher, denn du kannst mit ihnen auch, äh, Link bestimmt von der Hand machen, was sehr gut ist, er ist Dark, er ist Cybers, äh, super, super gute Karte, super gute Karte, weiter geht's, Smasher nochmal, Smasher ist so hübsch, ja, sehr mean, musste ja sein, wie gesagt, äh, ich kenne Fortune, Carrot, sind alle Sprite-Karten hier drin, sind alle Sprite, aber, warte mal, wenn nicht hier die Sprite-Karten drin sind, müssten die nicht in der, die müssten doch, äh, die müssten doch eigentlich in ein anderes Produkt erscheinen, äh, Gottesanbieterin, ah, Insekt, Insekten ist immer interessant, weil Insekten, Insekten haben sehr viele gute Karten, aber ihnen fehlt noch die Möglichkeit, sie gut einzusetzen, ein pro Spielzug, wenn der Gegner einen Angriff direkt verliert, du kannst eine Karte von deiner Zauber-Fallung-Karte auf den Friedhof legen, gib jedes Monster des Gegners auf die Hand zurück, okay, das ist an sich nicht schlecht, aber der Gegner muss natürlich dafür was machen, du kannst jeden der vollen Effekte von ihr nur ein pro Spiel zu verwenden, wenn du das Tempel erfährst, du kannst eine, was, eine Baby-Gottesanbieterin-Spielmarke, okay, eine Spezialbeschwörung beschwören, du kannst diesen Effekt von Friedhof verbannen, beschwöre eine Baby-Spielmarke als Spezialbeschwörung, nett, vom Friedhof verbannen, könnte relevant werden und ooooh, Sternenritter ist hier auch drin, sehr gut, Sternenritter hat ja auch im neuen Hauptset, hier wird es sofort bekommen, von daher passt das Ganze, Link dekodieren, Link 1, ein Cybermonsterstuhl wieder niedriger, wie gesagt, Cybers ist hier natürlich sehr viel drin, falls diese Karte als Material für ein Cybers-Link-Beschwörung mit zwei, drei oder und mehr Grundartikel auf den Friedhof gelegt, du kannst diese Karte spezialisch vom Geschwören, aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Super gut, hilft natürlich wieder, mehr Monster zu beschwören, um weiter in einen Link-Beschwörung zu gehen, super gut. Große Viper kennen wir schon, Künstlerkumpel, bekommt auch einiges, funktioniert ein bisschen mit dem Friedhof, ist ganz nett, ja, Punk und ooooh, ich kenne sie auch nicht. Sieht schick aus. Diese Karte wird als Flammenritter-Karte behandelt, ach ja, Flammenritter bekommt ja auch noch mal Karten hier drin, ne, oder, äh, wusste ich das schon, weiß ich nicht. Du kannst diese Karte abwerfen und dann ein Kriegermonster wählen, das du kontrollierst, rüstest mit deinem Ausrüstungs-Karte aus dem Deck aus, mit der Ausrüstungs-Karte werden kann. Wenn diese Karte, äh, die nicht mit deinem Ausrüstungs-Karte ausgerüstet ist, durch Kampf oder ein Monster eines Gegners zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du diese Karte ganz speziell schon beschwören und falls du dies tust, rüstest du diese Karte mit jenem Monster aus, das dein Gegner kontrolliert. Du kannst jeden Effekt von den Eingang-Beschwürstungs-Karten nutzen. Nett, die Stufe 1 Empfänger, ich sag mal so, Isolde freut sich darüber, Isolde freut sich wirklich darüber, also das macht sie schon gut, sie ist einfach Kriegerempfänger. Oh, jetzt kommen die neuen Zombie-Karten, ich hab ja gesagt, ähm, neue Zombie-Karten sind hier drin und sie funktionieren, äh, sie haben den Effekt, dass sie Geisterfusion suchen können. Geisterfusion erlaubt euch ein weiteres Zombie-Monster zu beschwören, also einfacher zu beschwören, also ein Zombie-Fusionsmonster, versteht sich und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob hier jetzt auch noch ein passendes Fusionsmonster drin ist. Mir ist das Ganze nicht bekannt. Ebenfalls, ähm, ja, die ganzen, ähm, ja, die ganzen Yugi-Karten quasi hier mit Pik und so, bekommen wir ebenfalls nochmal drin. Katzenweiß ist hier drin, ist schon auf dem Cover zu sehen gewesen, ähm, ja, hilft euch Spielfeldzauberkarten leichter zu bekommen. Die kennen wir jetzt ja schon und, uh, Dreyko-Berserker, da freut sich Schwertseele auf jeden Fall. Sieht sehr hübsch aus, sehr hübsch, ähm, sehr gut. Ich bin nur sehr überrascht, weil ich erwarte irgendwie, äh, viele Karten eigentlich nicht hier drin. Egal. Bauer der Puppen, wie gesagt, Puppen-ETC bekommen. Dann kommen wir noch in den Karpfen, Umwandlung nochmal, Schutz der Elemente, eine Counterfalle. Wenn eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert wird, verbanne bis zur Endphase ein offenes Elemental-Monster, du kontrollierst, annulliere die Aktivierung, falls du dies tust, zerstöre jene Karte. Falls du Elemental-Terra-Fone kontrollierst, du kannst die Karte von deinem Friedhof-Verband, beschwöre ein deiner Elemental-Monster, das verbannt ist, oder sich in der Hand oder am Friedhof befindet, als Spezialbeschwörung, ungratet zu deiner Beschwörungsbedingung. Okay, ungratet zu deiner Beschwörungsbedingung ist sehr stark und wenn der Zauber- oder Fallenkarte aktiviert wird. Ach, wir können einfach damit, cool, äh, Dark-Buller-Numor anolieren oder so und, uh, Teramisu. Ich muss sagen, der Secret-Rae-Effekt ist hier besonders hübsch. Ähm, bei Speed-Duel ist das ja auch sehr hübsch, äh, hier, ähm, schwarze Mamba. Wir bekommen wieder neue Reptilien. Ähm, kannst du Monster-Wählen-Sangener kontrolliert, leg ein Reptil-Monster von deinem Deck auf den Friedhof, falls du dies tust, ändert die Kamer-Fusion, das Ziel gewählt und Ziel ist. Die ist gar nicht schlecht, weil Reptilien gerade im Friedhof funktionieren und hier ist nochmal äh, Prinzessin der Unterwelt, die eben mit dieser Fusionskarte funktioniert, denn, falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst deine Hand eine Geister-Fusion von deinem Deck hinzufügen. Sehr nett. Und goldene Regel. Die kenne ich auch wieder nicht, oder? Kenne ich die? Egal, wir lesen einfach. Ähm, lege zwei Kristall-Ungeheuer-Monster von deinem Deck offen, als wäre eine Zauberkarte in der Fallenzone. Dann bist du ein Kristall-Ungeheuer mit unterschiedlichen Namen als jene Karte auf Spezial-Fusion von deiner Hand oder deinem Friedhof und falls du dies tust, rüstest du es mit dieser Karte aus. Wenn diese Karte spielverblastet, zerstöre jenes Monster. Du kannst nur eine Geister... Oh, das ist ja Kristall-Ungeheuer. Freut sich darüber. Ich weiß nicht, ob die schon bekannt war, aber Kristall-Ungeheuer freut sich wirklich über diese Karte. Den Spiegel, den kennen wir jetzt ja schon. Waffengeneration. Wähle auf, dass du das Monster kontrollierst, selbst bis zum Ende des Spielzuges 800 oder wähle eine Rüstungszauberkarte in einem beliebigen Friedhof, setze es auf die Spielfeldseite und rüste ein geeignes Monster, das du kontrollierst, damit aus. Setze ihn auf deine Spielfeldseite. Achso, genau. Okay, ja, nett. Wie gesagt, Schwarzflügel, sehr gut. Geister hat mir schon ein Buch. Der verfindet so ein Secret Rare. Oh, es ist hübsch. Es ist so hübsch. Die Secret Raires sind wirklich hübsch. Die fallen mir wirklich. Die fallen mir sehr, sehr gut. Und bisher ist einige Arschung. Makrokosmos auch nochmal hier drin. Nehmen wir, wie gesagt, auch einfach mal mit. Und Donneranladung, wie gesagt, für Abenteuerspielmarken haben wir hier eben neu. Nein. Vulkanische Hülle? Sagt mir nicht. Nein, die neuen Vulkanischkarten sind hier nicht drin. Babyspinne. Ach, das ist sie. Ah, ich dachte, okay, ja, warte. Du kannst ein finsternes Monster als gut anbieten. Erhöre diese Stufe aller Babyspinnen, die du kontrollierst. Stufe als gut an gewohntem Monster. Okay. Du kannst die Hälfte der Erlebnisse zahlen. Diese Karte kann von Friedhof Verband... Warte. Zahlen. Diese Karte von deinem Friedhof Verband und ein Material von finsternes Exit abhängen und dann ein finsternes Monster von Friedhof Verband, bescheuert aus der Sozialbestimmung. Ey, das wird jetzt ein richtiger, ähm, richtiger Spinnenthema. Und Gerümpelgeschütze, auch sehr schöne Karte. So, die erste Hälfte haben wir jetzt hinter uns. Und, äh, ich, 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 es ist wirklich lang. Es tut mir leid, dass ich so viel, äh, lesen muss. Aber ich denke mal, ist auch ganz nett, bekommt man hier eben einen neuen Einblick. Äh, Turm der Puppen, wie gesagt, ne, Ganze mit Puppen, äh, mit Buben und so. Exitbetonung. Uh, hübsch. Wieder Reptilien. Falls die Karte normal spezial beschworen wird, du kannst deiner Hand ein Reptilmonster Stufe 8 oder dein Deck hinzufügen. Falls die Karte verband wird, du kannst ein Reptilmonster wählen, das du kontrollierst. Das kann du zu Ende des Spielzugs nicht durch Karteffekte zerstört werden. Ja, ne, der Search ist natürlich gut und Angriff Synchron ist neu hier drin. Und die bekannt dich schon und die ist sehr gut. Denn, äh, erstmal Angriff Synchron, äh, Synchron ist wichtig, ähm, um sie halt eben suchen zu können. Und während deiner Mainface du kannst die Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, äh, dann erhältst du 700 Schaden. Zusätzlich, solange es sich offen am Spielverliegt, könnt ihr nur Synchronbeschwörung durchführen. Äh, Spezialbeschwörung in Form von Synchronbeschwörung machen. Ähm, ja, keine Spezialbeschwörung von extra Schaden, außer Synchron. So, genau. Also ihr könnt extra der Karte nichts anderes Spezialbeschwörung machen. Ist nicht schlimm. Ähm, ist sehr gut. Ist sehr gut. Gefällt mir. Die Karte ist wirklich super. Ähm, und sie ist Dark, Maschine, Empfänger, Stufe 2. Also, alles, was das Herz begehrt. Das ist wirklich schön. Die Levitat hatten wir jetzt schon, die Magenball hatten wir auch schon. Uuuuh, Schnellreparatur, aha, ist jetzt auf 3. Und, uh, hier ist auch Dante drin. Man muss auch bedenken, hier könnte theoretisch die neue Secret-Ware-Stufe drin sein. Ähm, ich hoffe, wir ziehen sie noch, weil, äh, die sehen super hübsch aus. Super hübsch, Link, also er ist auch wirklich gut, ne? Er ist wirklich, wirklich gut. Ähm, leuchtendes Kreuz und... Wir haben eine gezogen. Wir haben eine gezogen. Ich sag's. Wie... Hatte ja nichts gelöst. Ich sag es. Oh, es sieht so hübsch aus. Es sieht so hübsch aus. Wir ziehen einfach. Ey, es ist so unglaubwürdig, ne? Von hinten sieht's ganz normal aus. Von vorne. Puh. Oh, es ist so hübsch. Ja, die Karte ist so echt nicht schlecht. Sie braucht einen Neos und einen bewaffneten Drache. Bewaffneter oder bedeutet einen Drachenmonster. Und dann können wir nämlich folgendes. Ähm, du kannst einen Drachenmonster von Friede verbannen und zerstören alle Monster, die Stufe gleich oder, äh, niedriger ist. Was ganz nett ist. Und, äh, während der Mainphase, du kannst diese Katastributen dann bieten. Und beschwören einen hellen Fusionsmonster, Spezialbeschwörung von einem Extra-Deck, ungeachtet seine Beschwörungsbedingungen. Also, wir können einfach irgendeinen Fusionsmonster rufen, was sehr nice ist. Ähm, ich denke mal, den kann man in den einen oder anderen, ähm, Deck spielen. Also, hellen Deck natürlich, ne? So, äh, weiter geht's. Weiter geht's. Ja, krass. Wir ziehen einfach eine. Wie hübsch. Wie hübsch. Oh, Mathe-Märch. Wie gesagt, Mathe-Märch ist hier drin. Das ist sehr interessant. Wusste nicht. Oh, nochmal, der rammelst du. Äh, wusste ich nicht. Äh, wusste schon, aber ich wusste nicht, dass wir jetzt ziehen. Also, ich bin heute auch wieder... Anders, äh, ja. Die Spirits bekommen wir auch nochmal. Das ist sehr nett. Kürzer-Kumpel, Skamato, Synchro-Zone. Kein Spieler, kein Angriff für Träger, außer mit Synchro-Monstern. Du kannst jeden der folgenden Effekte von Synchro-Zone und Neu-Ei-Pro-Zone verwenden. Falls ein oder mehr Nicht-Empfänger-Synchro-Monster auf den Friedhof gelegt werden. Außer wenn du es selber bist. Du kannst einer jener Monster wählen. Beschwörter als Spezialbeschreibung. Falls du dies tust, wird dir als Empfänger behandelt. Während deiner Mainface deines Gegners, du kannst die Karte auf eine Karte auf den Friedhof legen. Sovon nach dem Effekt aufgelöst wird, führe eine Synchro-Beschwörung durch. Das ist ja gut, ne? Kann man natürlich Synchro-Beschwörung gegen die Spitzung machen. Ähm, hier, Zauberkarte wäre natürlich schöner gewesen. Ich habe eine Zauberkarte, aber, ähm, macht natürlich Sinn, wenn man damit halt eben eine, äh, Synchro-Beschwörung gegen die Spitzung machen soll. Oh, ja, sehr gut. Hörschnurte und, oh, das doch schön. Abgeheuerlich in Ultraware. Keine Kamel und Super-Poolie in Super, äh, in Secretware. Gefällt mir auch sehr gut. Ähm, ich würde gerne noch eine Engage ziehen. Ähm, äh, mobilisierende Angriff. Denn die Karte ist auch drin mit dem, na, oh, Foton, auch nett. Foton hat ja auch hier neue Karte und, uh, Punk, erstaunliche Drache. Ja, Punk hat hier, glaube ich, alle Karten drin. Einmal. Ja, weil, ähm, wie gesagt, äh, die neue, äh, die Skystrike-Karte hat hier noch das, äh, neue Artwork. Und, äh, das würde ich gerne sehen. Also, neues Artwork. Dimensionsriss und bewaffnet an Neos. Und hier sehen wir den Vergleich. Ja, ne, ist natürlich klar, da glitzert der schon mehr, ne? Dimensionsriss, auch nett. Wir haben Makrokosmos drin, wir haben Dimensionsriss hier drin. Ähm, das heißt, wir haben ja alle Panishing-Kartenquant. Da sind nur noch Dimensionsverschieber drin. Und, wir haben, boah, Tragödie auf dem Schlachtfeld, kenne ich auch nicht, muss ich lesen. Während deiner Main Phase 2, okay. Falls in diesem Spielzug kein Monster gegeneinander gekämpft hat, er haben. Du kannst eine Karte abwerfen, setze ein Tragödie des Schlachtfelds direkt von deinem Deck in deiner Top- und Feinkartenzone. Okay, dann haben wir eine zweite, toll. Was können wir denn dann? Du kannst diesen Effekt von nur einem Spielzug verwenden. Okay, ein Pro-Spielzug während der Endphase, falls in diesem Spielzug Monster gegeneinander gekämpft haben. Der Zugspieler legt die obersten 5 Karten seines Decks auf den Friedhof. Okay, hilft uns einfach, Karten vom Deck auf den Friedhof zu legen. Das wird dem einen oder anderen Deck sehr freuen. Also wirklich sehr freuen. Uh, Gottesanbieterin. Wachgottes... Uh, ist das jetzt auch ein neuer Archetype? Du kannst 1000 Lebenspunkte zahlen, beschwöre dich gerade als Spezialauschwörung von deiner Hand in Verteilungsposition. Aber solange sie offen in der Monsterzone liegt, kannst du keinen Monster als Spezialauschwörung beschwören, außer ein Sektmonster. Okay, das ist okay, das können wir nehmen. Während des Spielzuges deines Gegners, Quick Effect. Du kannst deinen Sektmonster wählen, das du kontrollierst, ändern deine Kampffusion. Du kannst jeden Effekt von ihr nur ein Pro-Spielzug verwenden. Okay, interessant auf jeden Fall. Oh, Geisterfusion. Das ist das, was ich meinte. Die Geisterfusion ist neu da. Wir haben noch keinen Fusionsmonster gesehen, aber beschwöre deinen Fusionsmonster als Fusionsbeschwerung von deinem Extra-Deck und verwende dafür nur Zombie-Monsters, die du kontrollierst, als Material. Falls du weniger Lebenspunkte hast als ein Gegner, können wir jedoch statt nur, die wir kontrollieren, benutzen, auch vom Deck oder Frito verbannen. Was sehr gut ist. Und noch ein Nessie. Nessie nehmen wir doch gerne mit. So, zwei Packs noch. Ich würde sagen, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Es ist so cool. Dunkler Palast, auch interessant. Warum nicht? Himmlische Versicherungen dieser, auch hier drin. Und, oh, drei Klingenmeister. Und die Karte ist neu. Und die kann wirklich interessant werden. Denn sie ist sehr gut für Syncrundex. Denn sie hat folgenden Effekt, je nachdem, mit welchem Stufenmonster ihr sie beschworen habt. Und wenn ihr drei Monster benutzt habt, um sie zu beschwören, dann könnt ihr alle Effekte nutzen. Wenn ihr ein Monster der Stufe 1 und 5 benutzt habt, zerstöre eine Karte auf dem Spielfeld. Perfekt. Zweitens, wenn du, äh, oder, wenn du zwei und vier benutzt hast, zieh eine Karte. Auch super. Das passiert, glaube ich, auch öfter am meisten, würde ich sagen. Oder drei und fünf. Behandle diese Karte als Empfänger. So, bedeutet also, wenn ihr drei Monster benutzt habt, dann hat sie halt eben alle Effekte. Ist wirklich eine gute Karte. Also, gefällt mir. Wird garantiert in Zukunft irgendwann sein Play sehen. Uh, nochmal. Ach nee, nicht nochmal. Das ist der andere. Auch nice. Nehmen wir mit Puppe und nochmal die Ramisou. Und ich würde sagen, ähm, ja, das waren jetzt schon alle. Wir gehen nochmal einmal durch. Es ist auch schon wieder sehr lang geworden hier. Ähm, ich muss... Nessi ist so hübsch. Nessi legen wir nochmal hier extra. Nessi ist so hübsch. Im Großen und Ganzen, ich bin sehr zufrieden. Also wirklich, äh, das, das ist, das ist interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Äh, Hörschnote auch. Auch, dass hier die Sprites drin sind, finde ich sehr interessant. Ähm, überraschend. Quick Fix, auch nett. Äh, kann man auf jeden Fall... Vulkanisch? Okay, äh, ich weiß noch nicht ganz warum. Aber vulkanisch ist hier drin. Gute Verfinsterung. Secret Ray ist auch schön. Und neue Black Wing ist auch schön. Äh, sehr schön, dass hier drin ist. Das heißt, wir haben den auch endlich. Bärsäcker für Schwertsäle auch sehr nice. Äh, wir haben sie. Äh, Carrot. Oh, Ultra. Ich glaube, ja. So hübsch. Ähm, Schattenlicht. Auch eine interessante Karte. Ich denke mal, kann man den einen oder anderen auch machen. Müsse Drachenkrone. Auch interessante Karte. Fusionskarte. Äh, sieh. Und schwarzes Loch. Und dann gehen wir nochmal hier durch. Äh, ah ja, genau. Das Link 1 ist ja auch hier drin, ne? Das Link 1, ähm... Ja, das Link 1 ist auch richtig... Ja, das ist auch... Hübsch. Einmal gezogen. Äh, er ist und er auch super gut. Für Synchro und Link haben wir hier wirklich noch was. Ich würde sagen, das sind hier auf jeden Fall meine, äh, Highlights. Weil, ähm, ja, ne? Ich meine, das ist, glaube ich, klar, warum ich das hier wähle. Aber, ja, sehr hübsch. Sehr hübsche. Sehr gute Karten auch. Ja, Leute. Aber das war es jetzt hier, äh, vom Opening. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, war für mich eine riesen Überraschung. Ich hoffe, viele euch, viele euch eben dann auch, ähm, von daher... Oh, er ist so schön. Er ist so schön. Er ist so schön. Oh, es gibt auch den, äh, bewaffneten... Äh, den finsteren bewaffneten Drachen damit. Das wäre noch... Oh, die... Ich will sie sehen. Ich will sie alle sehen einfach. Sie sind einfach unglaublich hübsch. Den gibt es auch in dieser Seltenheitstufe. Oh, ich will sie einfach alle sehen. Ich will sie einfach alle sehen. Aber jetzt hier seht ihr wenigstens eine, was auch gut ist. So, ich, äh, schweife wieder ab an Dank dieser Karte. Wie gesagt, ich hoffe, das Opening hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.